Leute, wir sind da da und jetzt machen wir weiter mit diesem geilen Schloss von Hagrid. Ich verstehe auch nicht, warum da so ein großes Schloss für ein einziges Viech braucht. Wie wir schon sehen können, brauchen wir den Drakoni-Forst-Drachen und kann man da rauf. Da kann man gleich speichern. Ja, und bleibt eigentlich eh nix anderes über, als da drauf zum Zielen. Ui. Vorsicht jetzt, ganz komischerweise geht die Tür jetzt wieder zu. Ja, die braucht nur die Kiste da hinschieben und da rausklettern, eigentlich. Wenn sie irgendwie gescheit wären. Aber die kleine Hermine ist ja zu schwach dafür. So. Sauen wir mal den Kesselkuchen da an. Ja. Geh komm. Dann noch die da oben. Die sind eigentlich recht viel wert. Eigentlich nicht, aber... Das wird so cool, wenn ich das sag. Da drüben noch die Bar. Dann haben wir sie geschafft. Da ist ein Schnauble. So, jetzt muss man das noch anzünden. Ja, wie kommst du da dran? So. So. Soll ich jetzt noch was machen? Da? So vielleicht? Oder wie? Nein. Kesselkuchen, Kesselkuchen. Oh, hahaha. Miauu. Hilft das vielleicht? Perfekt. Halt dich fest! Ich schau was drinnen ist. Ah. Ich bin glieder. Obwohl es erst halb fünf ist. ich fühle mich ja auch irgendwie richtig verarscht ich bin gestern um 8 uhr schlafen gegangen okay um 8 unter der woche okay unter der woche ja aber ich bin um 8 schlafen gegangen und normalerweise gehe ich jetzt um halb zwölf oder so und ich bin trotzdem so müde dabei war ich das wochenende gar nicht recht spät auf okay doch aber trotzdem zusammen die pulso die pulso die pulso die pulso siehst du was harry da ist die pulso Ist ja egal, dann tun wir alles schnell speichern. So. Jetzt dürfen wir da recht cool weiterhüpfen. Oh Gott. Yay! Ja, super, aber jetzt könnt ihr das dort auch aufmachen. Gescheitling. Oh Gott. Ja, jetzt kann Hermine mal mit ihren Hasenkünzen angeben, wie man das schon gut sehen kann. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wo hier der Hase sein soll. Ah ja, komm doch. Man kann schon sehen, da gibt es recht viel zum holen da drin. Yay, eine Karte. Und, ja. 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 Jetzt kommen wir da raus. Und, ja. Okay. Und, ja. Wenn ich mich nicht irre, kommt es noch einmal das mit den Dementoren. Ähm, ja, kommt. Das heißt, ich werde es kappen und im nächsten Part sind wir weiter. Ciao!